Die meisten Leute würden sagen, ich wohne hier im Paradies. Stimmt, Konstanz ist echt wundervoll. Aber wenn es um bezahlbare Büros geht, muss man eben gucken, wo man bleibt. Für die Tage, an denen es draußen einfach zu ungemütlich ist, gibt es Ibis Coffee & Work. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.